Piazza Pisanelli Piazza Pisanelli ist einer der elegantesten Plätze der Provinz Lecce und scheint für die Bürger von Tricasse fast wie ein Wohnzimmer unter freiem Himmel zu sein. Seit jeher das Herzstück der Stadt stellt er ihren wichtigsten gesellschaftlichen Treffpunkt dar. Darum entstehen hier auch verschiedene Denkmäler, die verschiedenen Zeitaltern angehören. Die Kirche Sankt Domenico von Guzman beherrscht den Platz vom architektonischen Gesichtspunkt aus. Der Palazzo der Fürsten Galone von Tricasse dagegen ist schlicht und geradlinig und ist städt im Einklang mit der Architektur des Platzes. Hier sieht man einen Fächer verschiedener Zeitalter und Stile, die aber vom neoklassischen Stil der Architektur des 16. Jahrhunderts beherrscht werden. In der Mitte des Platzes erscheint die bronze Statue des Bürgers von Tricasse Giuseppe Pisanelli, 1924 vom Bildhauer Antonio Bortone erschaffen. Pisanelli war ein wichtiger Jurist und italienischer Patriot. Nach Italiens Einheit war er von 1862 bis 1864 Justizminister. Die hoheitsvolle Statue ehrt das Ansehen des bekannten Bürgers von Tricasse und verleiht dem gesamten Platz einen Hau von Eleganz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017